Drei Jahre Standard lohnt sich die Wiederbelebung. Wir haben ja einen sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, beruhmt-berüchtigten Artikel bekommen. Am 7. Mai 2023, schon ein bisschen älter, aber haben wir auch schon drüber gesprochen, über Revitalizing Standard. Jetzt haben wir eine gewisse Zeit schon hinter uns gehabt. Wir bekommen so langsam die Auswirkungen, diese Entscheidung zu spüren. Wir haben eine deutlich längere Zeit, ja, keine Standard-Rotation gehabt. Und vor allen Dingen, die Läden spüren es jetzt, denn wir bekommen Standard-Showdown wieder. Und die müssen eben Standard sein. No. Wie hast du das denn wahrgenommen? Also, ich meine, du bist ja auch sehr aktiv in einem Local Game Store. Was war denn da so die Stimmung zu der Ankündigung dieses Events? Oh, es haben eine ganze Menge ganz hart gelacht. Ja. Das muss man einfach sagen. Also, wir sind ein Store, wo Commander Legacy und Modern ganz groß ist. Und dann kam die Ankündigung, Standard-Showdown kommt wieder. Wir hatten damals eine aktive Standard-Community, da wo du ja auch noch bei uns im Store gespielt hast, haben wir eine ganz starke Standard-Community gehabt. Also, eine gute Standard-Community, sag ich mal. Und damals gab es auch schon Standard-Showdown. Es war damals so, dass man halt sich zum Standard-Showdown getroffen hat. Das war meistens dann, glaube ich, samstags. Manchmal hat man auf Freitag das FNM zum Standard-Showdown umgebaut. Und dann hat man halt einfach, ich glaube, der Gewinner oder wir haben es damals, glaube ich, sogar aufgerissen und verteilt oder so, haben solche speziellen Booster bekommen. So ähnlich wie heute die Promopacks oder Voll-Promopacks. Nur halt, dass das damals richtig cooler Stuff da drin war. Denn es waren richtig coole Standard-Karten mit drin. Und in X-Talant zum Beispiel gab es so Promokarten, die du nur da kriegen konntest und so weiter und so fort. Mega cool. Und da dachten alle so, yo, yo, das ist nice. Und dann kam die Ankündigung Standard-Showdown und wieder alle so, ja gut, Standard ist halt tot. Sie wollen es reviven. Ja, nice. Probieren wir mal. Und dann kamen die Promos, die man begibt. Ja, es sind zwei Standard-Klassiker. Dragon's Lord Servant und Sarkin Unbroken. Zwei Karten, sind die gerade standardlegal? Nicht wirklich, ne? Oder? Nö. Ja, also ... Nicht mal ansatzweise. Also, Sharkin the Broken war, glaube ich, Karns of Tarkir. Dragons of Tarkir. Damit ist der gerade so pioneerlegal. Und ich glaube, Dragon's Lord Servant ist auch aus dem Set. Und ich guck's mal grad nach. Ganz, ganz schön und heimlich. Weil, naja, also, die sind halt ... Dragon's Lord Servant ist aus Drachen von Tarkir. Das letzte Mal reprintet. Ähm, ansonsten in Commander-Decks. Ja. Ey. Ja, es ist halt wieder ein großer Fokus auf Commander in unserem Standard-Showdown-Pack. Ich mein, was wir sagen müssen, also, was ich sagen möchte, ist, die Hardworks sehen cool aus. Sie sind ein bisschen, äh, natürlich chinesisch angehaucht. Ich glaub, die sind auch wieder eine Referenz auf das Year of the Dragon, wahrscheinlich. Genau, Year of the Dragon, wo wir auch noch einen Dragon-Token, einen Steel Hellkite, einen Mountain, der wirklich, wirklich, wirklich hübsch ist, einen Korvolt und ein Drachengewitter bekommen. Mhm. Und, äh, genau. Und diese, diese Promos, die sind natürlich cool, aber ist natürlich so ein bisschen die Frage, sind das die Promokarten, die einen dazu bewegen, Standard zu spielen, wenn der Laden eigentlich einen anderen Fokus hat? Also, du hast ja schon gesagt, das ist ein Legacy-Modern-Commander-Laden. Äh, mein Laden, äh, der ... äh, der 42 Southside in Berlin. Äh, ich wusste grad irgendwie 42, ich wollte grad irgendwie was anderes ... Ich weiß nicht, worum ich grad mein Gehirn kurz geschaltet hat. Ähm, ist halt hauptsächlich Pioneer und auch Commander. Jetzt gab's halt die Ankündigung letzten Freitag so, ne? Ab sofort ist halt auch Standard-Showdown wieder ein Ding. Und wo wir halt normalerweise bei einem Pioneer-Event immer so, ich sag mal, 16, 20 Pioneer-Spieler haben, sind momentan sechs interessiert an Pioneer. Äh, an Standard. Und das ist halt eben das Ding, ähm, ich ... Ich bin mir halt nicht sicher, was sie vorhaben. Ich glaube, also ... Oder anders gefragt, was glaubst du, hätte es denn gebraucht, um eben Standard zu revitalisieren? Weil das ist ja wirklich das Ding, Leute brauchen einen Einstieg ins Format, eine Implikation so, hey, deswegen willst du Standard in deinem Local Games Store spielen. Und ich würde auch dahergehen zu sagen, dass es auch gut ist, dass Magic ein gesundes und funktionierendes Standard hat. Aber was ist denn so der Einstieg? Oder wie kriegt man denn die Leute dazu, Standard zu spielen? So nicht. Ja. Man hätte es machen können, indem man gute Promos verteilt. Jetzt werden schon tausend Leute in die Kommentare unten reingeschrieben haben, es wird noch mehr Promos geben, keine Sorge. Ja, wir wissen, es gibt auch noch Standardländer. Großartig, wunderhübsche Standardländer, wo der Gewinner eins bekommt. Ja. Wir haben damals packweise dieser Standard-Showdown-Booster rausgegeben. Teilweise, wenn genug Leute da waren, zwei, drei Stück, wo halt immer drei, vier richtig krasse Karten drin waren. Da war halt wenig Müll drin. Man konnte auch mal Müll draus sehen. Aber das war wirklich selten. Und da muss ich halt sagen, das war halt cool, den Leuten halt diese Möglichkeit zu geben, damit was zu machen, statt irgendwie hinzugehen und sagen, ja, also wir haben hier eh noch Promos rumliegen, die gebt ihr jetzt beim Standard-Showdown raus, weil wir keine Ideen mehr haben. Und dann, was machen wir denn dann? Ah ja, dann habt ihr hier noch, ah, wisst ihr was? Standardländer. Ja. Wie gesagt, damals waren auch immer, Standardland war damals tatsächlich immer mit drin und die waren damals auch Geld wert. Also die haben, heutzutage kriegst du die Inseln oder so für 50, 60 Cent aus dem Standard-Showdown von damals. Aber es waren einfach coole Karten dabei. Und diese starken Karten, muss ich echt sagen, die sehe ich hier nicht. Und man hat halt so einen Booster dabei bekommen, wo man damals halt, ich weiß noch, irgendwelche Karten auch aus Skills of Ravnica zum Beispiel in den Standard-Showdown sahen, konntest du Shockland daraus ziehen. Das war das First-Reprint-Shockland. Und dieses Standard-Showdown-Booster hat irgendwie 7, 8 Euro auf Kartmarkt gebracht. Was du noch on top bekommen hast, plus deine Preis-Booster, plus allem drum und dran. Was kriegst du jetzt? Richtig, Basic-Land. Eins, das war's. Ja, total. Und das ist halt das Ding, vor allen Dingen, was mir halt auch so ein bisschen fehlt, ich wäre ja nicht mal uninteressiert, Standard zu spielen, wenn's denn auch so was gäbe, wie irgendwie so ein ... Diese Challenger-Decks, die wir ja auch schon seit Monaten vermissen. Und das wäre halt so ein Ding, wir hatten das letzte Mal, als wir über Standard-Challenger-Decks gesprochen, auch drüber gesprochen, wie interessant manche Karten eben auch für Pioneer sind. Und ich weiß noch, ich hab meine Goldspan-Dragon, die zu dem Zeitpunkt echt teuer waren, hab ich eben aus diesem Challenger-Deck geholt. Und ich glaub, ich hab mir sogar im Laufe der Zeit alle einmal geholt, einfach nur, um halt eine solide Land-Base zu haben, um halt diese ganzen Staple-Karten zu haben und so weiter. Und das sind echt sehr gute Produkte für eben 60 Karten constructed. Zumindest halt, wenn man im Rahmen Standard und Pioneer irgendwie denkt. Und Standard wär ja genial, weil du könntest halt so ein richtig geiles Event machen, im Sinne von, hey, welcome back to Standard oder so was. Jeder kriegt so ein Challenger-Deck ausgehändigt. Und mit dem könnte man dann nächsten Freitag wieder wirklich so ein Standard beleben. Man könnte das so richtig machen. Aber aktuell ... Leute hätten ein Deck. Genau, man hätte erst mal so ein Deck. Du gibst den Leuten ein paar Booster. Total. Die Leute passen ihr Booster an, kommen nächste Wunde wieder, sagen, hey, voll geil, hat Spaß gemacht. Komm, wir spielen mal Standard. Dann wird's ein, zwei Hansel geben, die sagen, ah, hier, nimm meine Kreditkarte-Card-Market. Und die haben dann zwar die Top-Standard-Decks, ist erst mal egal. Hauptsache, du hast eine Community wiederbelebt. Und das funktioniert so einfach mit so Standard-Challenger-Decks. Total. Und vor allem, das geht ein bisschen darauf zurück, das, was wir damals hatten mit den Battle-Beeren, als sie zu Gast waren im Podcast, wo sie ja auch gesagt haben, so von wegen, hey, es fehlt halt der Entry-Point für eben neue Spieler. Und das hättest du mit so einem Produkt halt eben gut schaffen können. Und dann würde ich ja tatsächlich die Standard-Promos jetzt auch, sag ich mal, außen vor lassen. Aber das wäre ja zumindest ein Punkt, wo ich sagen könnte, okay, die nächste Store-Championship, die ja auch wieder Standard sein werden muss, da hätt ich wenigstens was, wo ich sagen könnte, hey, das Mono-Red-Challenger-Deck von Standard, gib's mir, ich pack da noch irgendwie ein paar Chandra-Stress-to-Kill rein, die ich für Pioneer habe oder so. Und dann probier ich mein Bestes. Da hab ich wenigstens ein Incentive, da hinzugehen. Aber mich jetzt hinzustellen und wirklich so irgendwie jetzt zu gucken, okay, ich kauf mir jetzt Esper Legends zusammen, einfach nur, damit ich einmal an dieser Store-Championship mitkomme. Esper Midrange ist gerade laut MTG Goldfish so teuer, wie so das durchschnittliche Pioneer-Deck, wo ich mir denke, hä? Nee, da hab ich irgendwie keinen Bock drauf. Oder Domain oder sowas. Das Ding ist ja auch, dadurch, dass wir drei Jahre lang die gleichen Karten haben, sind ja all die Best-Karten in Pioneer gleichzeitig auch die besten Karten eben in Standard. Also wir haben auch hier den Need, Shealdry zu spielen. Wir haben Layline-Binding, die du spielen musst. Wir haben Wedding-Announcements. Wir haben all diese, sag ich mal, Super-Staples immer noch drin. Denn ich erinnere euch, wir haben, ich hab auf whatsinstandard.com nachgeguckt, das erste Set ist Innistrad Midnight Hunt vom Ende 2021. Das kommt mir schon so ewig her. Also wirklich, da kommt mir vor, da hab ich gerade den Podcast gestartet. Da hatten wir schon Innistrad Midnight, also so lange ist es nicht her. Aber trotzdem, es kommt einem so ewig lang vor und diese alten Karten schleifen wir immer noch mit runter. Und für mich ist das halt wirklich so ein Hindernis, Hindernisgrund zu sagen, halt okay, ich möchte mit diesen Karten irgendwie auch nicht mehr spielen, weil ich, wenn ich Standard spiele, soll es sich wirklich ganz anders anfühlen und halt so ein bisschen was Frischeres da bieten als das, was wir jetzt gerade haben. Und ähnlich sind es ja auch andere Content-Creatoren, die hauptsächlich Standard machen. Es gab ein, ja, sehr clickbaity zugegebenermaßen Video von ConvertGoBlue, einem der größten Arena- YouTuber da draußen, der quasi das betitelt hat mit I'm Retiring. Und im Endeffekt hat er in einem Monolog so ein bisschen darauf gesagt, dass er gesagt hat, okay, jetzt retire ich noch nicht den Kanal, aber es wird irgendwann passieren, weil er jeden Tag ein Video zu Standard macht im Best of One und dem das halt einfach zu langweilig ist, weil er in 80 Prozent der Fällen geht er gegen Mono White irgendwas oder Mono Red Agro irgendwie dagegen, weil die Leute natürlich auf Arena einfach nur schnell was zusammenwerfen, um ihre Quests zu beenden und halt Best of One einfach ein bescheidenes Format ist und dann darüber hinaus noch Standard halt super alt ist und es immer die gleichen Karten sind. Und er halt dann auch sagt, da muss sich irgendwas ändern, Standard muss irgendwie interessanter werden und keine Ahnung, wie siehst du diese ganze Situation? Ist Standard zu alt, zu langweilig, zu eingesessen? Ja, absolut. Das erinnert mich ganz stark an das erste Mal, wo sie seit langem an dieser Rotationssache gedreht haben und wir auf einmal unendlich lange Eldraine drin hatten. Also nicht Wilds of Eldraine, sondern Throne of Eldraine. Throne of Eldraine. Wo wir unendlich lange mit Bonecrusher-Giants und so einem Müll im Standard leben mussten, weil es halt einfach so ein Rotationsproblem gab. Und ja, jetzt könnte man hingehen und sagen, yo, also Shealdred ist halt teuer, du musst sie halt kaufen, damit du Standard spielen kannst und damit sie ihren Wert weniger schnell verliert, behalten wir sie länger am Standard. Und dann denke ich mir so, was sind das für Leute, die diese Entscheidung treffen? Erstens, es gibt doch keinen sekundären Marken. Und zweitens, als ob Standard Preise macht. Also das kann mir keiner erzählen, dass Standard so Preise macht. Selbst wenn wir jetzt die Spielerschaft von Standard hätten, die wir vor, keine Ahnung, fünf Jahren gehabt hätten, würde Standard keine Preise mehr machen. dann würden Modern und Commander und auch Pioneer immer noch mehr Preiseinfluss haben wie Standard. Und da jetzt hinzugehen und ohne eine Ahnung zu haben, ich hab ja generell schon öfter die Theorie aufgestellt, dass sie einfach keine Ahnung mehr haben, wie ihr Spiel funktioniert, sondern alle bei Wizards of the Coast nur noch Commander spielen oder Draft. Das zeigt's doch. Sie stehen hier vor einem Problem, dass sie in Standard keine Karten verkaufen und Standard ist nun mal das Einsteigerformat und sie lösen es, indem sie was tun? Ah ja, genau, den Wert der Karten länger halten, damit Leute länger mit ihren Karten spielen können. Das ist nicht das Ziel von Standard, das ist das Ziel von Pioneer. Hm, ja. Und das ist halt wirklich das Ding, dass man halt, ja, das, ich glaube, weil es gab ja auch in diesem Revitalizing-Standard-Artikel, gab's ja auch diesen Tweet von Aaron Forsythe, der quasi sagt, okay, Standard Play hat aufgehört in vielen Stores so, hat die Community gefragt, was denn der Grund ist. Und ich glaube, viele Leute haben damals geantwortet so, ähm, ja, die Rotation hält mich davon ab, in Standard einzukaufen. So. Und ich glaube, sie haben den falschen Schluss gezogen, dass sie die Rotation verlängern wollen oder verlängern müssen, damit mehr Leute einsteigen. In Wirklichkeit ist ja genau der umgekehrte Fall, dass die Leute, wenn's länger holt, die werden die Karten teurer, gerade wenn sie stark genug sind in Pioneer und Modern und Legacy-Play zu sehen, wie bei Sherald wird, dann kauft man sie ja erst recht nicht in ein Format ein, wenn's genauso teuer ist, wie das mehr Powerful und garantiert nicht rotierende Format, äh, halt Pioneer, äh, Modern oder Legacy. Und für mich wäre ja fast ein Anreiz zu sagen, irgendwie, okay, ich hab eigentlich keinen Bock, gegen Sherald Ritz zu spielen, dann geh ich zu Standard, weil ich weiß, dass da das Set schon bereits raushotiert ist oder, ähm, sagen wir mal Wandering Emperor oder sowas. Und, ach, keine Ahnung, ich finde, Standard überschneidet sich mit meinem Lieblingsformat einfach noch ein bisschen zu sehr, und die Identitäten sind auch nicht klar genug, sag ich mal, gezogen. Und da fänd ich's halt wirklich, fast wirklich noch besser, wenn wir halt wirklich diese Standardrotation gehabt hätten, dass wir halt zumindest so ein paar andere Decks hätten, weil, es gibt zum Beispiel so ein paar Brews, ähm, die ich halt sehe, wie zum Beispiel das Caves Deck, was mit Spelunking funktioniert, oder, äh, halt ein, ein Doppelgang-Deck, was halt versucht, so krass viel zu rampen, wie es halt geht, und dann mit Doppelgang irgendwie ganz viele Sachen zu klauen vom Gegner und so weiter. Das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, ah ja, okay, das sind irgendwie witzige Standarddecks, die würde ich mir sehen, zusammenzuschieben, weil sie auch jetzt nicht besonders teuer sind. Aber wenn ich halt wirklich sehe, wir sind seit irgendwie zweieinhalb Jahren dabei, erst mal Midrange am Top of the Format zu sehen, denke ich mir auch, wo ist denn der Unterschied zwischen, oder anders gesagt, zwischen Raktus Midrange im Standard und Raktus Midrange im Pioneer, wenn die meisten Karten eigentlich das Gleiche sind und halt die Standardversion aus irgendeinem Grund fast sogar noch, die sind auf einer Preishöhe mit halt eben der Pioneer-Version, wo ich mir denke, warum zum Teufel soll ich denn einen Standard einkaufen? Und ja, es ist ein schwieriger Fall. Ich finde, sie sollten, oder ich weiß nicht, wie siehst du das? Was wären so drei Schritte, die du dir empfehlen wollen würdest, um quasi diese Standardgeschichte wieder hinzukriegen? Und glaubst du, dass Standard notwendig ist, dass quasi Magic gesund ist? Ja. Die Antwort ist ja. Standard ist der Einstieg. Ja. Und Standard ist der Einstieg für ganz viele Sachen. Wir brauchen eine Art von Challenger-Decks oder Planeswalker-Decks oder sonst was. Aber wir müssen damit halt eine Möglichkeit schaffen, Standard, auch eine Identität zu geben. Wir müssen neue Leute reinbringen und wir brauchen weniger Produkte, die superfavorit sind. und wir brauchen Einsteiger-Decks, die nicht das zig-milliardste Commander-Decks sind bei irgendeinem Drecksset nebendran, Entschuldigung, sagen zu müssen. Ja. Und dann auch nicht vier Stück davon, sondern wie wär's mal mit einem Starter-Deck. Und was ich als drittes sehr, sehr wichtig finde, das zu pushen in Stores ist relativ wichtig, dass man sagt, Commander hat eine, Commander ist so das All-Time-Glory-Ding. Okay, da verdienen wir eh genug Geld dran. Aber wir brauchen einsteigerfreundliche Sachen, wir brauchen weniger Sachen, die da reinkommen und schnellere Rotationen. Ja. Und wir brauchen die Möglichkeit, dass es sich lohnt, Standard zu spielen. Total. Und all das hatten wir vor fünf Jahren. Da waren pro Jahr drei Sets und ein Zusatzset, was nicht standardlegal war. Ja, das war's. Da gab's einmal im Jahr ein Commander-Deck-Set, jeder wusste, das sind die Commander-Decks, war egal. Und dann gab's Standard-Decks oder diese, erinnerst du dich noch an diese Gilden-Packs, diese Gilden-Gild-Kits, wo auch Standard-Karten mit drin waren, die Leute haben wollten. Wo aber auch Karten Richtung Modern drin waren, Deathrite-Chain und so. Und alle Leute gesagt haben so, wow, das ist ja geil. Da kann man ja im Notfall von Standard zu Modern transformieren. Ja, total. Nicht, dass man das ansatzweise hätte gekonnt, aber es war halt die Idee. Und es war so viel besser, als der ganze Müll, sorry, sagen zu müssen, was sie gerade machen mit für 2% Revenue, was sie heute, glaube ich, announced haben, dass sie 2% mehr Revenue gemacht haben, so hart, alle Leute zu verkraulen und auf diese Kurzstrecke Leute auszupressen, ohne irgendwie ein anständiges Sachen zu machen. Es ist so. Ja, absolut. Also, ich würde mir auch wünschen, also, ich würde dir auch zustimmen, Standard muss es irgendwie geben, es muss diesen Entry-Point geben und ich finde auch, Standard ist immer noch die beste Option für Wizards of the Coast, ein Turnierformat zu wirklich zu feinsauberlich zu designen, was wirklich balanced ist, wo du im optimalen Fall nichts banden musst, wo Agro, Combo, Control und Midrange sich die Hand geben und so ein Schere-Stein-Papier-Prinzip sich halt gegenseitig aufgeben und ich glaube auch, dass das Standardformat jetzt gerade nicht unbalanced ist. Es ist halt nur more of the same und immer wieder und mit jedem Set. Also, man könnte fast sagen, weil wir eben über die Einflüsse von Karl-of-Männer-Karten in Formaten gesagt haben, dass halt Karl-of-Männer-Karten in Standard fast am wenigsten Einfluss hatten und das ist halt eben das Ding, was ich halt auch irgendwie, ja, wo ich finde, es müssten halt einfach, ähm, ja, es müsste halt einfach so eine Sache geben, wo man sagt, okay, wir haben hier einen klaren Entry-Point mit Challenger-Decks, die guten Value bringen, die sehr interessant sind, wo man direkt halt auch als Laden, ähm, dass eben Events auch mitmachen kann. Events mitmachen kann, das ist klar, hier starte mit Magic und dass man halt auch noch wirklich danach so offen ist und so sagen, okay, Standard rotiert jetzt, das heißt, die aktuelle Standard-Community und das ist einfach die Erfahrung, die ich jetzt mehrmals schon gemacht habe, so weit eine Rotation ist, löst sich so eine Standard-Community eben halt auf. Aber das ist ja kein Grund, sauer zu sein, denn dann wechseln sie höchstwahrscheinlich, wie in meinem Fall, zu Pioneer und sind dann weiterhin Reliable Consumer und bleiben im Magic Game. Dann kommen neue Leute. Genau, dann sollten neue Leute kommen und halt eben gleichzeitig die Turnierspieler, die sich dann halt auf einer Turnierebene quasi mit Standard eben auseinandersetzen und, äh, ja, das ist halt eben, ja, das ist halt eben so ein bisschen das Problem und ich hoffe, da kommen noch ein paar mehr Ankündigungen als das, was wir bekommen haben, weil momentan gibt's eigentlich nur zwei Sachen, die Originalartikel mit Revitalizing Standard und jetzt halt diese Events, die angekündigt worden sind und ich hoffe, da kommen jetzt noch Produkte und man könnte das ja auch abwechseln, zu jedem neuen Standard-Set gibt's mal ein Commander-Deck, mal ein Challenger-Deck und dass man halt wirklich ein bisschen mehr Bewegung in die Sache reinbringt. Aber naja. Soweit erst mal zu unseren Gedanken zu den drei Jahre Standard und ob es gut oder schlecht war für Magic the Gathering. Wie seht ihr das mit Standard? Spielt ihr Standard? Habt ihr in den letzten drei Jahren Standard gespielt und wundert ihr euch auch über dieselben Karten über die drei Jahre verteilt? Schreibt's uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Paper. Und ich ... Wichtig, Paper. Paper, genau. Paper, Standard. Musik . Musik . Untertitelung des ZDF, 2020